Sehr besonders, würde ich sagen. Ich habe noch nie so jemanden kennenlernen dürfen und in demselben Raum wie er stehen dürfen. Also fand ich das sehr beeindruckend. Der Kalif hat wirklich sehr sympathisch, sehr überzeugend gesprochen und als Christ konnte ich ihm in allen Dingen folgen. Also das war für mich sehr schön, diese Liebe, die Versöhnung, den Frieden, den er immer wieder betont. Besonders an der Rede fand ich dieses, dass wir alle nur gemeinsam leben können, in Frieden leben können, dass wir alle gleichberechtigt sind, egal wo wir herkommen. Und auch so dieser Satz, die verschiedenen Hautfarben sind dazu da, dass man sich kennenlernt und nicht, dass man ängstlich erstmal schaut, was passiert denn da. Diese Gedanken, die kann man einfach mit ins Leben nehmen. Er hat einfach sehr umfassend alles einbezogen und was faszinierend war, er ist auf jeden Vorredner und Vorrednerin eingegangen. Er hat diese Rede wirklich aus dem Stand raus gemacht. Diese Nähe und diese Offenheit, die würde ich mir von anderen Führern, die weltweite Verantwortung haben, auch wünschen, weil ich fand es sehr beeindruckend. Und hat einfach dann seine Worte und das, was für ihn wichtig war, dazu gesagt. Und den Koran auch für jemand wie für mich, wo der Koran wirklich nur einen Hauch kennt, ja, einfach sehr viel näher gebracht, deutlicher, deutlich dargestellt. Ich habe gedacht, boah, das sollte noch viel, viel mehr in die Welt getragen werden, weil das ist der Grundsatz vom Glauben. Und wenn alle Religionen diesen Grundsatz beleben würden, hätten wir mehr Frieden auf der Welt.